Was ist das Erkennen von Regeln? In unserer Mini-Vorlesung heute geht es um das Erkennen von Regeln. Und ich möchte Ihnen das SOS-Modell erklären. Verglichen mit dem Lernen von Wörtern oder mit der Landeskunde nimmt die Grammatik für Lernende und Lehrende irgendwie eine Sonderstellung ein. Sie wird oft als sehr wichtig, aber gleichzeitig als nicht sehr motivierend geschildert. In Umfragen verbinden Lernende mit ihr oft Adjektive wie schwer und trocken. Für nachhaltiges Lernen ist das keine hilfreiche Kombination. Dass Journalisten immer mal wieder gern über die schwere deutsche Sprache schreiben, hilft auch nicht wirklich weiter und sagt eigentlich eher etwas über die Journalisten als über die deutsche Sprache. Wie alles, was mit Abstraktion und Regeln verbunden ist, nähert man sich der Sache eher von unten als von oben. Man versteht immer wiederkehrende Muster als System, wenn man sie lange genug beobachtet. Wir erkennen also im Alltag durch Beobachtungen und durch Beispiele irgendwann von ganz alleine oder mit Hilfen Muster und Regeln hinter den Beobachtungen. Wir tun das automatisch, ganz intuitiv und es macht uns sogar Spaß, solche Muster zu entdecken. Wir tun es, wenn wir Farbläne lesen, wenn wir in den Himmel schauen, um herauszufinden, ob wir einen Schirm mitnehmen müssen oder nicht. Wir tun es, wenn wir Zahlenrätsel lösen. Der umgekehrte Weg, nämlich zuerst eine Regel zu formulieren und dann die Beispiele zu suchen, ist nicht zu empfehlen. Er hat in unserem Denksystem eigentlich keinen natürlichen Platz. Im Fremdsprachenunterricht funktioniert das im Übrigen ganz genauso. Wir suchen automatisch nach den Regeln hinter der neuen Sprache, die wir hören oder lesen. Unsere Gehirne sind Meister im Erfassen von Mustern und immer auf der Suche nach den Regeln dahinter, auch dann, wenn sie uns am Ende vielleicht gar nichts nützen würden. So haben wir zum Beispiel als Kind unsere erste Sprache gelernt. Eine Erfahrung, die wir ganz selbstverständlich auch auf das Lernen von weiteren Sprachen anwenden. Wenn eine Dreijährige zum Beispiel sagt, Mami best die Küche, dann zeigt sie damit, dass sie in der Lage ist, aus dem Nomen der Besen ein Verb zu machen und die richtige Personalendung daran zu hängen. Niemand hat ihr das beigebracht und die dazugehörige Regel oder die Regeln könnten Dreijährige auch nicht formulieren. Das ist aber nicht weiter schlimm und bestimmt keine Voraussetzung für die Verwendung der Sprache, wie man an dem Beispiel hier sieht. Kinder verwenden Sprachelemente, also bestimmte sprachliche Wendungen, intuitiv und korrekt. Darin sind sie viel besser als Erwachsene, aber eigentlich sind Lernende in jedem Alter in der Lage, auf diese Weise grammatische Muster kreativ und regelhaft zu variieren. Was wir oft genug hören oder lesen, hinterlässt eine tiefe Spur im Gedächtnis. Das Hören hinterlässt eine Tonspur. Lesen und Anschauen hinterlassen Bilder. Wie man so treffend sagt, wir prägen uns etwas ein. Wenn Lehrkräfte oder Sprachbegleiter und Begleiterinnen eine grammatische Regel erklären und anschließend auffordern, nun zu üben, dann ist das nicht besonders einprägsam. Die Spuren verwischen dann schnell wieder und die Lernenden sind am Ende endgültig davon überzeugt, dass Deutsch wirklich eine schwere Sprache ist. Es ist aber nicht die Schuld der Sprache. Die Probleme kommen von woanders her. Die Probleme entstehen, wenn Lerner diesen ungewohnten, sozusagen unnatürlichen Weg der Erkenntnis gehen müssen, den man ihnen oft in Lehrwerken und Unterricht vorgibt. Der Weg von der Regel auf die Beispiele, das Anwenden einer Regel in einer Situation, die mit ihrer persönlichen Sprachverwendung überhaupt nichts zu tun hat, das ist das eigentlich Komplizierte. Der Weg vom Abstrakten zum Konkreten ist also nicht empfehlenswert. Viel einprägsamer ist es, wenn man eine Regel selbst erkennt, wenn sie sozusagen langsam beim Lesen oder Hören, beim Verwenden der Sprache im Kopf entsteht. Über das Lesen oder das Aussprechen vieler Beispiele. Wer zum Beispiel einen Text über das Wetter auf Deutsch liest oder hört, dem wird das Wörtchen S irgendwann auffallen. Es regnet, es blitzt, es donnert. Lerner erkennen schnell, dass S hier nicht das Personalpronomen ist, das sie schon kennen. Dass hinter diesem S keine Person oder Sache steckt wie das Mädchen oder das Auto. Es ist also eine neue Kategorie von S. Lerner verstehen dann, dass die Wörter im Satz eine Position besetzt halten, die nicht leer bleiben darf. Solche Auffälligkeiten kann man unterstreichen lassen oder notieren lassen. Man kann sie beim Vorlesen besonders betonen, um die Aufmerksamkeit der Lernenden auf sie zu lenken. S wird hier kennengelernt als ein Wetterwort sozusagen, ein Wort, das oft im Zusammenhang mit Wetter vorkommt. Der Weg zum Erkennen einer Regel kann mit drei Schlagworten beschrieben werden. Beobachtungen sammeln, Beobachtungen ordnen und Beobachtungen systematisieren. Wir nennen das das SOS-Modell. Sammeln, ordnen, systematisieren. Übungsimpulse, die zum Sammeln anregen, sind beispielsweise, kannst du erkennen, welche Wörter, welche Sprachformen hier besonders oft benutzt werden. Oder zum Beispiel, unterstreicht doch in diesen Sätzen mal die Wörter mit den gleichen Endungen. Anderes Beispiel, markier doch mal die Wörter, die direkt vor einem Nomen stehen. Oder Verben haben oft mehrere Teile, unterstreicht doch mal die Verben in diesem Text. Übungsimpulse, die zum Ordnen anregen, wären zum Beispiel, vergleich mal die Endungen der Verben und mach doch mal eine Liste. Anderes Beispiel, manche Sätze beginnen mit einer Angabe über die Zeit, zum Beispiel mit dem Wort gestern. Kannst du diese Sätze mal in einer Tabelle eintragen und ordnen? Übungsimpulse, die zum Systematisieren, zum Formulieren einer Regel anregen, sind zum Beispiel, wenn ein Satz mit einer Angabe zur Zeit beginnt, wie geht er dann weiter? Kannst du erklären, wozu es eigentlich gebraucht wird? Lernende mit weniger Routine beim Lernen von Sprachen können Sie als Sprachbegleiter und Sprachbegleiterinnen auf diese Weise unterstützen. Die SOS-Strategie kann man lernen. Manche Regeln braucht man aber auch gar nicht auf diesem Weg zu erarbeiten, so wie bei unserem Beispiel aus der Kindersprache am Anfang dieser kleinen Vorlesung. Darum soll es dann in unserer nächsten Mini-Vorlesung gehen. . Vielen Dank.